Können Sie gleich mal da bleiben? Ist aber bestimmt noch auf Intensiv. Dann hole ich gleich mal her. Ja, ist gemein. Hups! 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 Jetzt machen wir die Augen auch auf. Wenn es gleich kalt wird, muss man auch die Euklein aufmachen. Ein bisschen Fruchtwasser geschluckt, merken Sie? Da schluckt sie immer wieder runter. Es hat viel eigentlich rausgeholt, aber es scheint noch nicht alles zu sein. Ich habe gerade ein paar Stunden auf der Welt, oder? So, jetzt mit der Doktorne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.